so und damit hallo und willkommen zurück zu minecraft the game zu meinem hardcore projekt während ich noch kein internet in meiner neuen wohnung habe das letzte mal haben wir hier auf gehört ich habe mich in der ersten viertelstunde dieses projektes nach unten gebuddelt habe hühner gefangen und alles mögliche gemacht ich gucke jetzt direkt mal kurz hoch wie viel wir denn haben es wird es wird gerade hell hilfe 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 ich werde belagert oder la mon ami hilfe das fischer hat angefangen zu brennen okay gut gut ich habe die erste nach ich habe die erste nach überstanden leute bin ich froh okay ich mache jetzt als allererstes mal und ich glaube das granit zeugs und ende seid brauchen wir sein nicht das können wir vielleicht noch da weg tun das muss reichen erstmal was ist denn jetzt los ich mache ich noch eine ja zu wenig von allem zu wenig ähm ich mache noch eine ich mache noch eine Toins Pizza okay das Toins Pizza okay nicht weil wir dann auch die nächste irgendwie mal Eisen abfarmen wollen jetzt sind nur noch die Creeper da okay gut 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 alles clean alles clean gut 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 verbuddelt hatte. Ich habe hier doch irgendwo schon Eisen gesehen, da hinten war ein Creeper. Hat mir das nur einer oder war da einer? Also halt vorhin. Ich suche Eisen, hallo. Ich habe hier doch Eisen schon gesehen. Wo ist denn das? Wo ist denn die Stelle? Da hinten ist die Stelle. Da war irgendwo Eisen, das weiß ich. Darauf verwette ich was. Das ist nämlich blöd. Ein bisschen vielleicht. Ja, da ist Eisen. Hallo schön, das Eisen. Komm doch mal zu mir. So. Das ist jetzt nicht unbedingt viel, da was ist mir jetzt nichts da liegt. Lass reißen. Nur kurz ein bisschen absichern, dass jetzt nicht direkt Gewürm ankommt. Der Meister ist am Werk. Hier Ruhe. So. Und das dürfte dann auch als erstes mal direkt reichen. Huah. Zum Glück habe ich geguckt, ey. Wo kommt der denn hier? Wo kommt der denn her? Ist der gespawnt oder was? Not funny, Minion. Not funny. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Ich glaube, so ein Creeper, so eine Creeper-Explosion kann mich wahrscheinlich momentan mit einer Ex, mit einem Treffer töten. So ein direkter Hit. Dann nehme ich da direkt noch die Kohle mit. Und dann haben wir ja schon einige. Psch. Fisch durch. Da drin sch- Hättest du es mal. Da drin. Da drin scheint eine Höhle zu sein. Ich bin clever, ich weiß. Alter. Hört doch mal auf so rumzustöhnen hier. So. Jetzt haben wir Kohle und Eisen. Das sollte ich jetzt dann auch direkt einmal... Boah, ist das ein Lärm. Braten lassen. Braten lassen. Und dann lasse ich mal das Eisen direkt schmelzen und dann mache ich mir mal ein bisschen bessere Ausrüstung bzw. überhaupt mal Ausrüstung. Ich meine, ich bin momentan noch so ein nackter Eingeborener. So. Wäää? Wäää? Wo kommt ihr denn her? Nein, das behalte ich. Jetzt bräuchte ich... Ne? Und so. Ja. Praktisch wär's. Jetzt lass mir erst einmal schmelzen und dann muss ich nochmal weiter. Dann machen wir mal weiter. So. Und da. Und jetzt organisiere ich irgendwie Seeds, um die Hühner zu füttern. Auf das ihr wachstet und mehret. Äh. Wachstet und mehret euch. Oder wie auch immer man das halt sagt. Auf gut biblisch. Komm, 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 ich brauche... Ich brauche nur ein paar Seeds. Sind zu wenig. Sind zu wenige. So. Da unten ist ein Kürbis. Da muss ich mal nachgucken, was man mit Kürbissen genau machen kann. Habe ich noch nie benutzt. Kürbisse. Kürbisse. Ja, okay. Keine tiefe Höhle. Nur so ein kleines Loch. Was haben wir denn da? Cool. Also ich muss sagen, die Map ist schon geil. Der Seed, der ist schon... Nice. Es ist ein bisschen kahl. Stellenweise, aber... Nicer, nicer. Hammer. Wie zerrüttelt das ausschaut einfach. Schon? Also hat schon? Schon? Uah. Naja, und vielleicht ein bisschen wenig Gras, aber... Ich brauche Kraft. Äh. Ich glaube, die Höhle hatte ich schon gefunden. Naja. Hier sind wir vorhin schon durchgelaufen. Da ist noch ein bisschen was. Gut, dann würde ich sagen... Zer... Zer... Wusel ich das jetzt erstmal alles. Und es... Fast as... Possible, werde ich dann mal... Skelette jagen gehen. Und... Nachts... Und eben... Knochenmehl machen, um... Hier mehr Gras zu bekommen. Weil das ist schon ein bisschen... Kläglich hier. Na komm. Du und du... Und du und du. Und das Hühnchen da unten, das lassen wir es einfach mal. So, das dürfte inzwischen... Durchkissermolzen sein. Habe ich... Dazu will ich einen Dreck dabei. Ja. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, dass ich direkt erst noch... Bevor ich mich wieder irgendwie... Anders... Ich möchte es noch so viel wie möglich innen erledigen. Mein Handy bimmeln wieder. Weil... Es nachts ja dann wieder dunkel wird. Ach so, es wird nachts wieder dunkel. Und das ist schon sehr bald. Ich fürchte fast, dass ich noch ein Hühnchen schlachten muss. Ist die Frage, ich glaube, ich schlachte das Freilaufende. Ja. So. Genau, jetzt wird es nämlich schon wieder dunkel. Hühnchen! Komm her, komm her, komm her! Ja, komm! Obala, jetzt bin ich noch runtergefallen. So, es wird es schon wieder knapp. Lauf, Forrest. Halt! Lauf! Ich habe kein Hühnchen rausbekommen. Du willst mich veräppeln. Veräppeln? Das ist nicht komisch, weißt du. So. Und... Zu. Gut. Die ist fertig. Dann muss ich mir hier direkt mal... Die Maus, ne? Die geht mir auf den Geist schon wieder. Ich weiß nicht, irgendwie behandle ich meine Mäuse... Falsch. Schlecht. Bin ich schlecht, das Papa. So. Äh. Ja. Das war nötig. Ich sollte mir dann auch mal ein Bett irgendwie machen, aber ich habe ja keine Hühner gesehen bis jetzt. Äh, keine Schafe meine ich. Psst. Und dann nehmen wir die raus und dann machen wir direkt nochmal ein paar Fäckelchen. Äh, das dürfte erst mal wieder genügen. Ja. So. Jetzt ist gut. Runter und runter und runter und äh... Ich fürchte fast, dass ich damit dann die Aufnahme auch schon wieder langsam beende. Denn es läuft schon wieder. Die Aufnahme 14 Minuten. Jetzt, genau. Jetzt. Und 15 Minuten ist so das Optimum. Ähm. Darf ich... Was ist das? Ist das Koli? Das ist Koli. Zu ein Glück. Jetzt wäre halt noch Eisen irgendwie cool. Aber wenn ich jetzt auf der Höhe bin, dass ich Kohle hier finde, dann könnte ich hier auch Eisen. Das heißt, auf der Höhe werde ich mal einfach anfangen, einen Strip zu... 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 Eisen zu finden. Virenschutz ist aktualisiert. Äh, aktualisieren. Ja, ja, ist schön. Mach mal weg da. Das geht mir auf den Geist. Ich hab kein Internet hier, da kann nichts passieren. Oder es aber großes Eisen vorkommen. Ne, das war's. So, und das mach ich zu, damit hier niemand anfängt rumzugurgeln. So. Da wieder. Hier und da. So. So. Und dann würde ich sagen, ich stemme mich hier unten wieder hin, mach noch ein Lichtlein an und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Vorerst Minecraft The Game. Dieses Spiel hier. Diese Runde, die ich aufnehme im Hardcordings. und dann geht's ab dem 16., 17. geht's dann wieder los, beziehungsweise auch kurz danach halt, geht's dann wieder los mit normalen Spielen, mit anderen Spielen, Online-Spielen, mit anderen Leuten und dann werde ich auch mal wieder live streamen. Bis dann und tschüss! läuft das so viel tun!